Hinter mir sehen Sie zwei Dutzend Parzellen der Kolonie Stichkanal. Ich bin in Charlottenburg-Nord an der Max-Dorn-Straße und werde heute die Laubenpieper besuchen, die hier ihren letzten Sommer in Laubien verbringen. Denn alle haben ihre Kündigung erhalten. Im Herbst wird das Gelände geräumt und wird wohl ein Parkplatz werden. Wir werden mit den Laubenpiepern sprechen und Eindrücke sammeln, wie fühlt man sich, wenn die Apfelbäume gehen, die Pflaumenbäume, die Bienen, wenn die Laube, die jahrzehntelang für viele am Wochenende die Heimat war und auch für viele ihrer Familien einfach aufgegeben werden muss. Eine traurige Geschichte.